Vielleicht können wir die Dame in der Toilette einsperren. Wir brauchen die Dokumente, die sie bewacht. Ich fülle es mit diesem Medikament. Ich fülle es auf. Wie haben sie noch? Die Drogen haben sich geblieben und ich fühle mich besser. Aber ich kann sie nicht wiederholen. Ich muss hier rausgehen, oder? Geh weg. Bitte, einfach nur mich alleine. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich nicht akzeptieren. Ich kann mich an nichts erinnern, hat sie gesagt zu dem roten Zeug. Die ist ja auf Heroin, beziehungsweise auf Methadon. Ich kann es gar nicht benutzen. Ähm, wo habe ich das herbekommen? Das alles ist verschwommen. Ich kann mich an nichts erinnern, hat sie gesagt zu dem roten Zeug. Ah, ich glaube... Ich will nicht, dass sie nimmt. Ich könnte eine bessere Verwendung für das Medikament finden. Die können wir damit auch nicht ausschalten. Was genau ist das? Sie kann sich nicht wirklich erinnern, wo es herkommt. Okay. Ich hatte schon genug Medikamente. Wenn ich das trinke, bringe ich mich wahrscheinlich um. Das ist ekelhaft. Wir können damit nichts machen, Freunde. Wir brauchen den Namen von Anne Burtons Mutter. Wir brauchen den Namen von Anne Burtons Mutter. Kann ich eine Telefonnummer, bitte? Oh, ja, natürlich. Aber die Telefonnummer ist gerade bei uns. Kann ich bitte zurück in fünf Minuten? Hm. Danke. Ja, alles beim Alten haben wir schon gelesen. Sie nimmt noch so ein Medikamentengefäß mit. Ich kann mich nicht ansehen. Hier ist niemand, der mich es geben könnte. Die Gummihandschule braucht sie gerade nicht. Wir müssen die Schwester hier irgendwie einsperren. Dreh kaltes Wasser auf. Wir können das ordentlich benutzen. Also entweder müssen wir es trinken oder jemandem geben. Vielleicht gehen wir es... Nee, auch nicht. Heißes Wasser. Okay. Heißes Wasser. Heißes Wasser. Wieder kaltes Wasser. Und genau, habe ich es bekommen? Ich kann mich nicht erinnern. Naja. Tja. Vielleicht können wir es trinken, während es im Raum ist, sodass es uns dann umhaut. Oh nein. Oh nein. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? I just wanted to remind you that I'm ready to go home. Oh. Is that so? Well, guess what? I haven't forgotten. It takes time. I could lose my job if I don't follow the correct procedures. Why do I bother? I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? I'll have your name so I can make a big fat complaint. There is no need for that attitude. First, you are being disruptive when I'm just trying to do my people wrong. And now you are threatening me. Oh. You should know we are only following the doctor's orders here. Now, forget that silliness and let me have a quick look at your wristband. Miss Ashworth, I strongly suggest you take this, alright? Are you insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay. We are prepared for this. Jim, can you come in please? Hey Jim. You must be kidding me. Unfortunately, I'm not. I'm going to give you an injection. You'll feel a sharp scratch. Hold it for me, would you? I think on the middle of the mirror there is just something missing. S-H-A. I think on the middle of the mirror there is just something missing. Sure. S-H-A. 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 The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. S-H-A. 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 I've already got one glove in my pocket. Heißes Wasser. Da läuft es immer noch. Heißes Wasser läuft schon. Das ist sehr. Huh? Wee Leo. Shall we swap our name bands? Mother always told me not to talk to strangers. I can't take it. I'm being good now. Only talk to my nurses and good friends. Das ist doch die Rauschgift-Patientin. Ein schönes Name. Aber ich weiß es. Lass mich nur für einen Moment denken. Joan. Nein, du bist falsch. Lass mich allein. Bitte, einfach nur mich allein. Ich muss irgendwo ein Anzeichen geben für diesen Namen. Nichts drunter. Ein dreckiges Kissen. 11.40 Uhr. Die andere auf 10.08 Uhr. Margariten. Die nehme ich auf keinen Fall mit. Ich hasse Blumen. Freunde, wir hängen ein wenig. Wenn du wirklich ein Freund bist, wirst du meine Mutter wissen. Der Name, der mich schäuert. Ein schönes Name. Aber ich weiß es. Lass mich nur für einen Moment denken. Elisabeth. Elisabeth. Nein, du bist falsch. Lass mich allein. Bitte, einfach nur mich allein. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name, the name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Alice. No, you're wrong. Leave me alone. Please, just leave me alone. Shall we swap our name bands? Mother always told me not to talk to strangers. I can't take it. I'm being good now. Only talk to my nurses and good friends. We can't get this stuff done. We can't stop this stuff. I'm not going to get rid of this stuff. I'm not going to get rid of this stuff. I'm not going to get rid of this stuff. Was ist mein Name, Geburtstag, und Krautnerhaus Nummer, und Entlassungsschreiben von Anne Burton, und sie fängt immer an, sie will. Sie sind ziemlich schwer, warum sind sie denn so schwer? Ist da irgendwas drin, aber... Werden sie jetzt schon zehnmal untersucht, und das Zeug auch. Freunde, 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 wie kommen wir hier noch weiter? Wir müssen die Schwester irgendwie... Ich kenne Leute wie sie nur zu gut, sehr engagiert. Is Liz here? And who's Liz? That young nurse who was here last night. Black hair, very chatty. She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, alright? I'll come and talk to you in a minute, alright? I'll come and talk to you in a minute, alright? Ich hab da so ne Idee. Wie können wir... eher schmutzig... wegschütten oder so? Ne, wir können sie ja nicht benutzen. Hm. Ich könnte sie nur geben. Und trinken. In der Toilette ist auch nicht irgendwas drin, was wir mit dem Handschuh rausholen können. Ah, Mist. Ich hab da nie die Idee, wie sie benutzen sollen. Wasser können wir auch nicht reinfüllen. Wegschütten geht auch schon nicht. Ah. E-i-l? S-H-A-E-I-L. Sch... 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 Ist das der Name? Ist das der Name? Ich bin verwirrt. Eil. Schieler. Schieler. Sie im Zimmer ist echt gar nichts. Ha! Schieler. Ja, es war meine Mutter, die Sie, nachdem Sie. Ich bin sorry, ich nicht glaubte Sie. Aber meine Hände ist alles messed up. So, wir haben ein bisschen Gespräch, sweetheart. Was ist etwas falsch mit diesem Ort? Ich denke, es ist wirklich schön hier. Wir müssen hier bleiben. Wir machen, was sie sagen. Wir machen die Päden, sie uns geben. Wir machen die Päden. Wir machen die Päden. Wir machen die Päden. Ich bin gut. Was ist das Päden? Ich bin gut. Es ist ein Drogen. Meine Lieblings-Drogen. Die Päden nimmt die Päden weg. Ich muss hier sein. Die Pfäden sind die meisten lieb. Sie immer wieder vergessen. Sie wissen, ich bin zufrieden. Aber es ist nicht die gleiche, wie die Drogen in meinen Gehäden. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. I just can't seem to find it anymore. I see. What exactly is this little treat you mentioned? It's the red teardrop of pure happiness. They bring it, I drink it down, and my pain goes away. Without it, I just feel so angry. It's like I'm going crazy. It's funny, but I just get so fucking angry sometimes. I'm dying, I think. We're all dying, I heard. She said I'd go to hell for it, but I didn't do anything. I didn't know. Does he know? Who? Him! What? Right. Okay. No, probably not. I need the red medicine. I need it now. I must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. You can't get there. Well, maybe you can. I see it in my dreams sometimes. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are. But in my dream, there are no nurses there. I see it, but I can't get it. It's so near, and yet so far. I can still hear the broken heartbeat of the spider's heart. Are you all right? I'm fine. Yes, it's all fine. It's just hard to wait, you know? They said I can have it. You know, yeah? So I wait here. Don't want to miss it. That nurse promised it to me. The one with the red glasses. But I think it's been three hours already. Why are they late? Do you think something happened? Do you think she changed her mind? Because I swear, if she did, I will hurt myself again. I swear to God, I will hurt myself again! I'm sure they'll be here in a minute. They're probably just very busy. That's all. Shame on me. How about we swap our name bands? Oh, yeah. I don't mind. But that would be like a favour to you. Yeah? Well, technically, you wouldn't lose anything. Because I'd give you my name band instead. Does that make any sense? Sure. Yeah. I do want something better in return, though. I'm not that stupid. I know you'll use it to get out of here. Oh, I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff. What do you say? I thought nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking about the real thing. Something you can only get in the world of dreams. Now that is something special. Heroin. Is it safe? It's perfectly safe. Um, okay. I'll see what I can do. This is echtes Heroin, kein Methadon. I feel like sharing. What's your name? There is nothing to share. Everyone died. Everyone. Oh, nein. And my treat, my red stuff, it's not the same. I keep lying to myself. I'm a mean little liar. Always have been. This vein, you see, it goes straight to my heart. That's why it hurts so much. I wish I could, just one more time. But it's all lost now. Everything. I was always happy to settle for a consolation prize, you know? I'll talk to you later, yeah? Yes. Go. Be careful. They're watching us. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Oh, Freunde. Oh, Woman. Ja. Die Arme, Arme.